Nein, da brutzelt gerade. Oh, das ist Stiel. So, mal da ran. So. Bäume, ja. Wie viel Holz brauchen wir bitte insgesamt da noch? Das sind ja Tausende. Ja. Das ist noch nicht mal das gute Holz, was wir verarbeiten. Das ist ja noch das Billig-Ding. Das gibt ja noch doppelt so Gutes. Mhm. Schon krass. Mehr Wood. Mehr Wood. Ja, ja. So. Und dann will ich die Mauer bringen. Aber das Ding ist, die Mauer, wenn wir die weiter unten bauen, dann macht das gar keinen Sinn. Weil dann können die doch einfach von oben rundherum drüber schießen. Mit Bögen oder was weiß ich. Wenn wir eine Mauer bauen, dann muss die oben auf den Berg. Ja. In meinen Augen. Und dann vorne am Strand, ähm, das ist der Eingangstor. Ja. Und später dann natürlich nach oben zur Brücke noch eine Mauer weiterziehen. Ja. Also, machen wir mal für eben fertig, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Neben, schnell die Aufnahme. Stopp. Ja. Äh, 1000 Steine hab ich ja mitgebracht. Es hat gerade aufgehört zu regnen. Und jetzt fängst du wieder an. Ja, wir sind hier in England. Achso. Oder auf dem Minecraft-Server, auf dem Community-Server 2. Ja, das kann auch sein. Da hat es auch die ganze Zeit gerechnet. Äh, hä? Was denn? Eigenartiger, warum ist eigenartig? Okay. Alter, wie laut das ist! Ich stelle es mir eben runter. Oh. Was ist denn das? Hallo? Ja. Sound, Ambiente, keine Ahnung. Okay. Wie viel Holz habt ihr bis jetzt? Warte. Okay, ich habe 1900. Ich habe... 800. Ah, da musst du aber auch ein bisschen nachlegen. Na, ich habe ja auch gerade eben die Öfen gefüllt. Natürlich. Na klar. Na gut. Kannst du deiner Großmutter erzählen? Okay. Ich habe schon 800 Holz. Ja, Kind. Aber die anderen. Die haben schon über 1000. Aber Oma, ich habe die Öfen gefüllt. Ja, 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 Kind. Komm. Jetzt haben sie den zweiten. Oder was? Laber nicht. Ich meine, sie labern auch nicht. Oh Gott. Ich kommentiere das jetzt mal nicht. Nee, nee, ist besser so. Wir haben den ganzen verdammten Wald abgeholzt. Das kann doch nicht sein. Ich habe den schon zerlegt, denn warum, bevor der überhaupt auf dem Boden ist. Also der König hat auf jeden Fall ordentlich Holz da oben. Wenn er nochmal die Steuern auf ein paar Prozent erhöhen würde, dann wäre er richtig reich. Er will gar nicht reif werden. Nee. Er will Spaß haben. Na, was ist das? Spaß. Es gibt nur Spaß. Ekelhaft. Ja, ist schon ein bisschen widerlich. Oh, den kleinsten Baum der Welt mit einem Schlag oder zwei? Oh, zwei. Oh, drei. Oha, Chris. Na, ich habe auch noch die geilste Axt. Willst du? Ne, habe ich nicht. André, die geilste. Ich treffe dich nicht. Okay, jetzt habe ich ihn getroffen. Mehr Bäume. Not braucht mehr Land. Ja, so ist das mit Not. Wie du durchmacht. Ja. Zack. Noch ein Baum weg. Was habe ich jetzt? Knapp 3000. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass die nachwachsende Bäume. Ich auch nicht. Aber schöne Lichtung, aber jetzt. Ja, das sieht halt total scheiße aus. Aber hat man den Regenwalds abgeholt? Ich habe keine Bäume. Ich habe keine Bäume. Was? Wie lange sollen das dauern? Ich muss nur daran glauben. Oha, die sind erst klein. Und dann werden die groß. Ich kenne noch was, was erst klein ist und dann groß wird. Ja, was denn? Denk, denk, denk. Was denn jetzt? Ein Labellostift. Das war jetzt das Einzige, was dir eingefallen ist, ja? Ja. Okay, ich schmeiß dir dein Holz mal hier hin, ne? Liegt hinter dir. Drei, ey, ist ein Witz. Vier. Oh, drei. Vier. Mehr. Okay. Dreißig. Wollen 30? Dreißig, dreißig. Dreißig Stück. Damit mache ich jetzt wieder drei. Was? Bei einem Surveyset, Reset sind alle wieder da. Okay. Ähm, da. Das Ding brauchen wir. Dreißig. Mehr geht nicht, ne? Das ging jetzt schnell. Warum ging das so schnell? Das war ein bisschen buggy, aber gut. Keine Ahnung, zwei Stunden. Sorry, Seth. Das wurde in den letzten Tagen dreimal neu gestartet. Ne, in den letzten drei Tagen zweimal neu gestartet. Okay. Gut, das läuft hier. So, wie viel Holz hast du jetzt, André? Kannst du mit was anfangen? Über 200. Ja, das ist doch schon mal ein bisschen was, oder? Ja. Ich meine, das hier ist, das ist für mich eine große Halle. So, und dann müssen wir noch drei Zimmer haben, jeweils für uns, irgendwie. Und dann brauchen wir noch eine Etage drüber, dann reicht's eigentlich, oder? Wenn wir hier jetzt noch drei Zimmer dran bauen, an die Seiten oder nach hinten. Was sagst du dazu, Herr Hausbauer? Ich muss mir das angucken. Okay, okay. Oh, hier ist ein Baum gewachsen. Wo? Da siehst du den nicht, genau in der Mitte. Echt? Ja. Ja, geil. Ein Baum. Lass ihn am Leben. Der hat die Seite wahrscheinlich auch, ja. Ja, dann scheint's ja doch zu klappen, was dauert ja echt ewig. Ja. Wow. Ich wette, aus dem Gestrüpp hier wächst dann so ein Baum. Hm. Hierher, André. Ein ganzes Holz. Wir brauchen mal wieder Eisen. Wenn du keinen Bock mehr hast, ist das kein Ding, ne? Ja, doch. Ich hab doch grad 1.000 geholt. Echt? 1.000? Ja, 1.000. Eisen? Ja. Was? Wo ist denn das hier hin? Ja, in allen fünf Öfen. Na, es ist hier nur noch über 50 drin. Ich hab immer noch mein Knüppel. Ah, hier, in dem ist noch 200, ja? So ein bisschen... Ja, da hab ich 300 reingepackt, weil in dem einen Stil dann war... ...was ich nicht mehr, wo ich... Oh, okay. Oh. Eisen ist schon weg. Ja, aber es gibt ja zwei Stellen, da. Also an seinem Haus ist das weg. Hm. Ich bin auch da hinten. Oh, meiner Typ, ey. Ach, braucht man doch nur 10 Charcoal? Okay. So ein Angeber, ey. Nur weil er König ist. Hm. Nee, ist auch schon weg. Okay. Schade. Ja, ich hab immer Stein holen. Stein kann auch nicht schaden, wollen wir einfach ne... ...ne Mauerbaum wollen, ja. So, ich mach mir jetzt auch ne geile Axt, ne? Oh ja. Geht doch klar mit euch, oder? Klar. Ich brauch 25 Wut. Na super. Der nächste Baum ist ein halben Kilometer weg. Der eine Gilde heißt hier die Wut von Panem. Die Pute von Panem. Äh, das ist doch ein Film, ne? Ah, geil. Das brauch ich. Aber der Film ist richtig scheiße. Ich hab's nicht gesehen. Ich auch nicht. Nur fünf Minuten oder so. Ja, aber ich wollte ihn mir mal angegucken, weil der Titel witzig ist, aber nie gemacht. Weiß. So ein Ding brauchen wir auch noch. Wie ist das? Da. Nee. Keine Ahnung. Das, was wir auch hatten. Hm. Das ist ein Reviermarkierter. Ja, ich... Genau, stimmt. Ich schau's mir mal an, wie teuer das ist. Aber ich will gleich das zweite, nicht das dritte, weil das können wir uns eh nicht leisten. Kann ich da dann mal ran, Jan? Äh, nee, nicht Jan. André? Ja, jetzt. Okay. Genau, jetzt. Jetzt. Okay, danke. Äh, was kosten die Crest-Dinger denn? Hä? Hä, wir können nur Leather-Crest? Gibt doch mehrere davon. Wo sind denn die Steine jetzt hin? Kann ich die nur hier machen? Weiß nicht, wo die hin sind. Hm. Ironing hat 60. 60. Okay, das kann ich nicht leisten, aber das kann ich mir leisten. Iron Crest. Das muss doch besser sein, oder? Komm, baue ich das mal. Wir brauchen so viel Iron eh nicht. Nein, claim ich das Gebiet mal an uns, dann kann hier kein anderer mehr bauen außer uns. Ist gut, ne? Ja. Ich mach das mal hier über die Tür, André? Das Crest? Hier oben? Hier, Hausbauer? Hier oben, in die Mitte? Ja, mach mal. Das Konkert jetzt nicht. Ja, find ich gut. Wer ist das denn hier? Der König? André, der König, verneig dich. Der König ist bei uns zu Besuch. Nein, nein. Lass es sein. André, lass es. Lass es. Lass es. Lass es wirklich sein. Er wollte ihn boxen, oder? Er wollte ihn fesseln. Lass ihn in Ruhe. Juhu. Der König. André zieht das bald. Der Jascha. Juhu, König. Let's do some hunting. Let's do some hunting. Läuft. Ich glaub, er schreibt. Guck mal, den, so sieht der aus, den wir später noch Kopf köpfen werden. Ja, guckt ihr euch genau an. Sein Kopf wird fallen. Und diese Krone wird entweder auf seinem oder auf meinem Kopf landen. Wie so, auf deinem? Wie gesagt, entweder auf seinem oder auf meinem. Aber ich denke eher auf Kritz den Kopf, weil ich bin eher der Richter. Okay. Dann bin ich der König. Schreibt er jetzt mal was oder nicht so? Der will uns also kritisieren, ja? Wollt grad sagen. Schreibst du das, oder soll ich? Der fühlt sich jetzt mal angesprochen. Warum sollten wir den einbauen? Ich meine Barretts und Lord Crits. Das gefällt mir, dass er mich Lord nennt. Hätte ich nicht getan. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Achso, ich wollte hier noch die geile Axt jetzt hier. Die da. Flachs-Boy noch. Na super. Haben wir noch überhaupt noch Flachs? Jan, könntest du noch ein bisschen Flachs mitbringen? Mhm. Hast du noch Flachs, André? Das war in der Dunkelheit sehr schwer zu erkennen damit. Ne, habe ich nicht. Hatten wir nicht über 100? Wir hatten richtig viel. Ist alles weg. Wir haben das aufgebaut. Ich frage mal, wofür? Ja, ich kann ein bisschen mitnehmen. Dauert alles ziemlich lang. Ich frage mal, ich frage mal.